Willkommen. Ich hoffe, Sie hatten alle eine angenehme Reise. Schön, dass du da bist. Es ist schön, dich zu sehen, Bruder. Sie und Ihre Gäste werden die gesamte Anlage ganz für sich allein haben. An diesem Wochenende geht's um uns. Ich verspreche Ihnen, dieses Wochenende werden Ihre Gäste und Sie nie vergessen. Kein Wi-Fi, kein Handyempfang. Keiner darf raus. Sie halten alle Gäste im Restaurant gefangen. Was willst du also? Wir sind ein reicher Mann. Wir wollen wissen, wie viel sind dir die Leben deiner Föchter wert? Wir helfen uns gegenseitig, durch die schweren Zeiten zu kommen. Wo gehst du hin? Ich mach meinen Job. Ich werde jeden Einzelnen hier töten. Und jetzt bringe ich deine Föchter um. Du läufst Richtung Wald und holst Hilfe. Lass sie gehen. Du kannst mich töten, aber lass sie gehen. Vielleicht fängt die Party an. Sie durchsuchen die Zimmer. Für jedes brauchen sie fünf Sekunden. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Was tun wir jetzt? Nimm das. Was tun wir jetzt? 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 Vielen Dank.